Noch vor wenigen Tagen war sie bei den Golden Globes zu Gast. Nun ist Lisa Marie Presley im Alter von nur 54 Jahren verstorben. Die Tochter von Elvis Presley wurde am 12. Januar ins Krankenhaus eingeliefert. Wenige Stunden später dann die traurige Nachricht. Lisa Marie ist verstorben. Schweren Herzens muss ich Ihnen die erschütternde Nachricht übermitteln, dass meine wunderschöne Tochter Lisa Marie von uns gegangen ist, schreibt ihre Mutter Priscilla auf Instagram. US-Berichten zufolge soll die Schauspielerin in ihrem Haus einen Herzstillstand erlitten haben. Laut TMZ.com hätten Sanitäter dort versucht, sie wieder zu beleben. Im Krankenhaus sei sie dann in ein künstliches Koma versetzt worden. Eine offizielle Todesursache steht zu diesem Zeitpunkt noch aus. Lisa Marie Presley hinterlässt drei Kinder, ihre erwachsene Tochter Riley Q und die Zwillingstöchter Harper Lockwood und Finlay Lockwood. Ihr Sohn Benjamin Q verstarb 2020 mit nur 27 Jahren.